Krassere News. Bessere News. Achtung Nachrichten-Netz. Die heutige Sendung ist den Fans gewidmet. Ich bin Vicky Wheeler. Und ich paar KK. Wenn ihr was baut, ist ANN dabei. Unglaublich! Das ist steinstark. Ich bin begeistert. Das nenn ich was bauen. Ich würde sagen, Daumen hoch, aber ich hab ja keine. Parker, ich nehme eins davon und ein bisschen von allem anderen. In so einem Auto würde ich nur zu gerne mal selber sitzen. Das ist Poesie aus Steinen. Hier ist dein Trophäe. Und der rechte Preis ist eine 60-second-Score-Run durch unsere großen Schaden. Wow! Was denn? Im Ernst jetzt? Nächster Halt, Bricklandia. Alle einsteigen. Echt unglaublich, Parker. Die Fans von Bricklandia haben es raus. Vicky, aber sowas von. Also bleibt dran und bewundert noch mehr Fans von Bricklandia, die krassen Spielspaß sowas von raus haben. Die Fans von Bricklandia macht's никаких, Gott, wenn es dir so sehr ist. Das ist mein Schaden. Die Fans von Bricklandia Ich bin ja schon mal und ich bin. Was. Dann sind wir, ob wir stehen, Ich bin ja schon mal. Ich bin ja schon mal. Ich bin ja schon mal. Und ich bin ja schon mal.